hallo meine leute und herzlich willkommen zu einer neuen runde pvp auf den nullcraft server total viel los hier ich bin auch nicht alleine könnt euch mal so ein bisschen vorstellen mit namen hallo darf ich jetzt ich rede hier ihr sollt euch mal vorstellen also ich bin hier nico in game wo sind die blauen alter hallo auf die blauen ja ich bin ja du bist gemein ich komme hier wo wir willst du willst du willst aber nur im pvp ansonsten nicht ganz nett jay pepi ist tot na endlich pepi ist tot pep alle leute mir ist es egal was ich vorhin gesagt habe tötet bitte für mich den kopfler auf den support aufsetzen oder wie so darf ich jetzt jemanden stirbt Maxi! Stirbt Maxi! Stirbt Maxi! Maxi, Tett in die Fresse treten! Tett in die Fresse treten! Wo sind denn die, Alter? Wo wohnt Maxi? Einer ist da! Einer ist da! Wie hab ich denn davon? Wie hab ich denn da jetzt geschossen? Oh, was hat das denn grad für den Schuss? Oh, ich hab meine Campingstelle, ey! Ich bin geflogen, Alter! Wie ich geflogen bin! Ey, du kleiner, dreckiger Hohenkowoll! Aber immer doch gerne! Nein! Scheiße! Boah! Geht alle auf Sternen, Forscher! Er hat ein... Du musst die Fresse aufnehmen! Ey, Leute, wie kann mich Maxi 20 Minuten nach... Ich hab schon mal... Admin, Admin, Admin hier! Admin-Skills! Alter! Wer schießt mich da ab, die ganze Zeit? Nö, das bin ich auch nö, das bin ich unten gefangen! Ja, töt ihn! Hier, ich komm, ich bin hier unten! Tötet... Ey, Leute, tötet Blackstil! Das ist ein viel größerer Auto vorbeut! Leck dich am Arsch! Alle auf dem holten Kuppel Blackstil, Leute! Ihr kriegt den... Nö, nicht! Nein! Ging mir Blackstil's Kopf! Und du? Ist hier eigentlich, ähm, Köpfe droppen aktiviert? Nee, leider nicht! Nein! Ach, da sollte es auch, das ist ein externe Server-Wolken! Damit eh nicht... Nein! Hallo, ich war grad Sternforscher am töten! Was? Da kommt einfach Kiranelli! Wie? 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 Er... Töte Peckock! Ich versuch's, aber ich kann ihn nicht sehen! Der ist da oben in der Ecke, der feige, äh, Schweine Kobold! Was? Ja! Haha, das ist Peppy! Boah, wer... Alter! Ja! Gib ich mir nicht! Haha! Peppy läuft selbst in den Abholen! Ich tölt mich lieber selber, als dass ich... Oho! Nein! Nein! Nooo! Der kann auch gut Snipern hier, der Junge! Oh, von der Mitte heraus getroffen! Boah! Scheiße, ich bin selbst... Oh! Okay, der hat auch meine Camper-Position! Maxi, töte ihn! Er hat mich... Er hat mich... Ja! Ey! 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 Oh, allaheie! Ihr dürft die Stro ärgern?! Oh, hier setzt auch alles Wix Kobold! Trei Leute?! Lol! Great Project Train! Nö! Duwhst wir mal nichts reinlos! Boah! Oh! Oh oh, oh oh! Ich hab Pepy hinter im Rücken... Oh, oh! Ich ver-piss mich! Eee, ich verwende sie du! Ah, fuck it, alter! Nein! Ja! Ja, hier, Eva, es wird nichts, nein! Oh, Pekong! Pekong sieht auch schon extrem krank aus! Ja, aber ich hab auch schon gut ausgezeichnet, guck mal ne... Oh! Ich finde irgendwie unnötig, dass man erstmal nen Helm-Inventar kriegt, auch wenn man ihn nicht anziehen kann. Ja, das ist doch noch das Problem, was noch gefixt werden soll. Ich kann auch nicht rauswerfen oder so. Man kann doch die Lederrüstung blau färben und die andere Lederrüstung rot färben. Ja, ich fühl mir das eh jetzt auf die Lederrüstung. Man hat ja nicht automatisch ne Lederrüstung, das ist das Problem. Das ist ja noch klasse, oder? Ja, kann man den Helm nicht irgendwie Eigenschaften, äh, kann man den, den, den Ding jetzt nicht, äh, Helm-Helmeigenschaften irgendwie geben? Da ist wieder Pappy, ich spring runter! Rot führt, rot führt, he? Ja? Nein, das ist sehr gute Sachen. Wisst ihr, warum Rot führt? Weil ihr einfach arschgewickte Hulgen-Kuppel seid. Ohhhh, du, du bist ein kleines Arschtoch, ey! Ich bin Teamwork verherrschen. Nicht so wie du, mein Luke-Camp. Das ist Eva. Ihr seid alles rund geworden. Gib doch Eva, Efi. Ja, Efi, ich keine Ahnung, ich bin so n... Ahhhh, nein! Das ist unfair, ich richte die Treppe! Aua! Flieg dir durchs Loch und der andere auch noch kommt nach! Ja, wie unlustig das jetzt war, ne? Doch, doch! Ahhhh, fuck jetzt! Ahhhh, fuck jetzt! Oh, das ist jetzt gerade... Wer schießt da? Huch! Irgendwann! Nicht ernsthaft! Oh, da ging einer! Perikillen-Aufnahme... Egal! Aua! Ohhuuu! Doch, sind sie dann noch alle in der Führung! Wo sind denn die jetzt wieder? Nein! immer die Lava lauter rote gegen lauter blaue gegen wenige blaue tja auch noch hier den Bogen schützen da willst du mich verarschen Maxi du kleines dreckiges Rügen wenn du fiel ich hab dich auch nie oder ich erinnere mich an Kiesel er würde jetzt sagen don't mess with someone bro und dann würde es wahrscheinlich einen Bann regnen ich kriege ich ja tötet dich auch Peppi du bist ein Arschloch auch danke nein boah Gott das war glücklich in meine Richtung wendern Alter ich bin echt böse mischt mit einem Leben Peppi ist geflogen und wie und gleich wieder drauf wir haben nicht Peppi und euch am Spawn hier noch eine Minute bis das Game durch ist hey wake up Alter alles Hodenkobolde wisst ihr das jo Kira Nerf oh fuck ihr seid Hodenkobolde oh Peppi oh der hab eindeutig keinen Skill als Bogen oh weiter geht's hier aus der Lohre die ganzen Exe sind einfach zu oberbaut ey das war keine Arsch das war ich im Bogen nein nein das ist der Skill haha so misswert so misswert ja ich hab ihn sehen da oben ist einer ein Blower trotzdem sind wir ja trotzdem ist unser Team in der Infosierung oh mein Gott ey der ist runtergeflogen kaum noch blauer da kaum noch blauer da kaum noch blauer da sehr gut ehrlich das ist echt fies hier gerade oh oh ah es ist fertig warm okay schön runter okay das wäre jetzt eine Runde gewesen kommt ihr alle noch her dass ich vielleicht noch euch auf dem Bildschirm habe und alles euch noch verabschieden kann welcher Arsch hat mir ein Pfeil in den Kopf geschickt kommt ihr alle noch her bitte ich war's nicht war bei dir ja okay guckt mich alle an alle angucken okay ich sag mal tschüss und die anderen vielleicht auch noch tschüss tschüss geht alles sterben ich sag mal tschüss geht alles ich sag mal tschüss hin Bis zum nächsten Mal.